Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es ein weiteres Townie Makeover und diesmal von der Goth Family. Beziehungsweise, in Deutschland heißen sie ja Grusel, aber ich werde trotzdem Goth sagen, weil das einfach der bekanntere Name ist. Bella Goth hat ja viele Mysterien und so und ja, deswegen hatte ich jetzt einfach richtig Lust drauf sie zu machen. Das ist jetzt schon länger her, dass ich das aufgenommen habe, wo ich sie gemakeovert habe, beziehungsweise die ganze Familie. Ja, aber mir gefallen sie jetzt gut, sie gefiel mir vorher eigentlich auch gar nicht so schlecht, aber ja, manche Leute brauchen einfach mal einen neuen Stil. Und ja, das ist ja der Sinn dieser Serie, dass ich immer jeden Townie neu mache und so und ja. Ich sag schon mal vorab, dass der Mortimer heißt er ja. Heißt der Mortimer? Nein, das ist nicht das Kind, ne? Oder heißt der Alexander das Kind? Ich weiß nicht, wie das Kind heißt. Der Sohn. Hilfe, ich glaube Alexander. Mortimer ist der Mann, ne? Ach, ich habe keinen Plan. Auf jeden Fall der Sohn. Da habe ich nicht so schöne Fotos machen können, also Screens, weil ich eigentlich nicht so viele Kinderposen habe. Das muss ich dann jetzt halt irgendwie noch demnächst ändern, ne? Weil so ist das ein bisschen, meh. Das möchte ich so nicht haben, wisst ihr? Aber ich werde einfach demnächst welche raussuchen, dass ich das dann halt für andere Familien, die ich dann auch make-over werden werde, dass das dann auch irgendwie passt. Deswegen, das sieht jetzt vielleicht nur dieses Mal so doof aus und vielleicht nächstes Mal auch noch, weil ich zu faul bin, um mir was rauszusuchen. Das ist dann aber meine eigene Schuld. Aber bitte judget mich nicht. Ich meine, ihr habt, Hauptsache ihr seht halt das Make-over von dem Jungen. Ja. Auf jeden Fall, ich habe mich hier bei Bella für diese Frisur und das Kleid hier entschieden, weil ich dachte mir so, ja, die Frisur ist nicht direkt ähnlich, aber irgendwie hat es so diesen Style von Bella. Und das Kleid, dachte ich mir so, finde ich cool, weil es halt dieses typische Rot hat, was sie halt immer trägt. Und, ähm, ja, auch so ein bisschen viktorianisch, was halt aber trotzdem irgendwie nicht so auffällig ist in so einer normalen Gesellschaft. Also, keine Ahnung, wie soll ich das sagen? Aber ich finde es auf jeden Fall cool. Ich dachte, das passt ziemlich gut zu ihr. Ich finde, sie sieht sehr, sehr schön aus. Ich finde, sie sieht auch vorher sehr, sehr schön aus, aber so gefällt sie mir sehr, sehr gut. Ja, die anderen, da habe ich insgesamt weniger Zeit für gebraucht, weil, keine Ahnung, ich wollte sie halt krass noch irgendwie so machen, was das anging, weil sie halt einfach, ähm, irgendwie der Haupt-Sim ist überhaupt. Ich meine, sie existiert ja schon seit Sims 1. Und, ähm, geht ihr eine richtig krasse Storyline hinter sich und nicht nur dieses, oh, wir haben jetzt in unserer Beschreibung stehen, was für eine Familie wir sind, sondern sie so, oh, ich wurde von Aliens entführt und irgendwie ist das ein Paralleluniversum in Sims 4 und keine Ahnung. Und das finde ich halt so cool, dass sie halt einfach so krass anders ist, so. Ja, bei Mortimer habe ich mir relativ schnell hier was gefunden, äh, was ich ihm so zum Anziehen geben wollte und so. Ich habe ihm halt einen etwas anderen Bart gegeben, weil ich einfach keinen Bock auf diesen Bart hatte. Ähm, ja, aber ich dachte so, dass das Rot und vielleicht auch so passend zu seiner Frau ist und so. Ich dachte so, das ist vielleicht ganz cool. Aber ich mag ihn auch sehr gern, so wie er jetzt ist. Vorher war es so, ja, kann besser sein, aber so ist es halt so, me like. Ja, die gute Kassandra, ähm, die finde ich halt ziemlich toll, ehrlich gesagt. Keine Ahnung, ich finde die süß. Ich, also, vor allem, als ich ihr alles weggenommen habe, guckt euch ihr Gesicht an, Alter. Wie süß kann ein Sim sein? Die hat einfach was absolut Cutes. Und, ähm, ja, wie, ja, hu, ich finde es süß. Sie hat gute Kine, sagen wir es so. Ja, vor allem die Brille, finde ich, passt auch richtig gut zu ihr und so. Das macht ihr Gesicht irgendwie, das passt einfach alles so. Das, ähm, macht mich glücklich. Das finde ich sehr, sehr schön. Ich finde mir, ich finde, sie ist mir auch gut gelungen. Ähm, ihr könnt mir natürlich wie immer sagen, wie mir das Makeover gelungen ist. Und, ähm, ja, ne, auf jeden Fall, ja, hier habe ich ein bisschen gestruggelt, weil ich nicht wusste, was ich ihr geben soll. Aber ich wollte auf jeden Fall dieses Oberteil benutzen, weil ich das super cool finde. Ich finde, das passt auch so zu ihrem Style. Letztendlich, äh, habe ich mich für diesen Jeansock hier entschieden. Ähm, ja, und da hatte ich jetzt noch Probleme dann mit den Schuhen, was halt da so zu passen könnte und so. Vor allem, weil ich ihr halt Socken geben wollte. Ähm, das hattet ihr gleich sehen. Das sehe ich mir dann so, nein, das passt doch gar nicht. So, letztendlich habe ich mich dann doch für die ersten Schuhe entschieden, weil das dann doch noch am besten aussah. Aber, ähm, ja. Äh, wie gesagt, ich bin sehr zufrieden mit der Goff Family, so wie sie jetzt ist. Und, ähm, ja. Cassandra finde ich sehr cute. Äh, die Kleidung fand ich vorher vielleicht noch ein bisschen besser, ehrlich gesagt. Aber, äh, ich finde, die neue Brille und die neuen Haare geben ihr halt nochmal so was richtig, richtig Süßes. Und das, äh, ist, glaube ich, noch ein bisschen schöner. Also, das gefällt mir besser. Weil ihre Frisur und ihre Brille waren jetzt nicht so das, was so mein Beauty-Standard, oder, nein, keine Ahnung, wie soll ich das sagen, was so, das, was ich mag, so, äh, verfolgt. Genau, das wollte ich sagen. So. Alexander ist übrigens, haha, ich wusste es doch. Hm. Ja, auf jeden Fall, den finde ich eigentlich auch ganz süß. Den habe ich halt auch so ein bisschen so, weil die ja alle so ein bisschen was Altertümliches haben, habe ich dann halt auch so darauf gepocht, dass er jetzt zum Beispiel auch eine andere Brille hat. Weil, die fand ich eigentlich ganz süß, so. Und dass er halt, ähm, so ein bisschen schicker ist, aber jetzt auch nicht zu schick, so, you know. Also, ich meine, die Krawatte hängt so ein bisschen nicht so, wie sie unbedingt sein müsste, wenn man das jetzt so krass ernst nehmen würde. Deswegen dachte ich mir so, ja. Und dann halt noch die zerrissene Jeans und so. Und, ja, das ist auf jeden Fall der gute Alexander noch. Gleich seht ihr noch einmal kurz ein Picture von der Grinson Family. beziehungsweise, ich glaube, sogar zwei Pictures. Und ich sage schon mal, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video, was auch immer sein wird. Bis dahin und Tschüss!